Ich wuchs bei Pflegefamilien auf. Ich träumte mit offenen Augen, wer wohl meine Eltern wären. Als ich fünf war, tat ich ein Jahr lang so, als wäre meine Mom eine Appalooza-Stute. Ehrlich. Und dass ich ein Fohlen wäre und nur träumte, ein Mädchen zu sein. Und eines Tages aufwachen würde und nach Hause laufen. Und dann kam der Zirkus in die Stadt. Und August stand direkt vor ihm. In der Sekunde, als er mich ansah, wusste ich, ich würde nie wieder bei Fremden leben. Also haben wir geheiratet. Und du weißt, ich bin eine Attraktion. Da draußen bin ich nichts. Sie sind eine wundervolle Frau. Sie verdienen ein wundervolles Leben. Das und nichts weiter. Das und nichts weiter. isp